Willkommen zurück zu meinem Let's Play White Day, a labyrinth name in school. Ich wüns natürlich wieder eure Boom36 und wir machen spannend weiter. Ja, wir warten jetzt eigentlich darauf, dass der komische Lehrer entweder hier runter kommt und dann wieder vorbeigeht oder dass er irgendwo da oben bleibt oder nach oben geht. Geht der nach oben oder nach unten? Auf in deiner Taschenlampe zu funzeln, ich will wissen, wo du lang gehst. Hallo. Ich hab ne Taschenlampe, funzl, funzl, funzl. Sieht danach aus, als wenn er nach oben geht. Du Heilige. Ich hab ne Taschenlampe. Ich hab ne Taschenlampe. Na toll. Wenn ich jetzt Pech habe, weiß er wo ich bin. Wenn ich jetzt Glück habe, weiß er es nicht. Ich hab ne Taschenlampe. Ich gehe nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Hoppala Wollten ins Sprachlabor, gell? Ja Kann dieses Zeichen mal verschwinden Fire! Mom! Mom! Was? Was? Why are you here this late? I'm the night duty teacher. Look, I don't know why you're here, but here's the keycard that leads outside. Be careful. It's dangerous here at night. Night is when the dead ones come to life. I really wish I could do that. Get out of here before it's too late. Or you'll get trapped in this school forever, too. Blaue Schlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte öffnet die Türen im blauen Bereich des Neubaus. Verwendest sie am Kartenlesegerät. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist in Washington 23 Uhr und in Benji 10 Uhr. Wofür sollte ich das jetzt wissen? Da liegt noch was. Meine Güte, das ist alles hier kompliziert. Ein Verbandskasten. Ein Kaufer mit Materialien, die dich heilen können für den Notfall. Aber da halte ich mich halt auch nicht automatisch, ne? So, jetzt überlege ich gerade. Wir haben noch einen Raum mit einer blauen Karte und das ist hier der Schalterraum. Ansonsten vielleicht hier beim Gerichtsraum. Können wir ja schnell nachschauen. Ja, der ist auch blau. Jetzt ist bloß die große Frage, wo ist schon wieder der Typ? Ich seh'n. Was soll ich jetzt hier machen? Na, klasse. Was bringt mir das? Aber mehr kann ich nicht machen. Ich seh'n. 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 Also, schreibt wir uns mal auf. Zettel da. Sollte die Beleuchtung dieser Klassenzimmer wiederholt ausfallen, sollten Sie folgende Reihenfolge einschalten. 1, 5, 8, 10, 12. Es wurde gemeldet, dass die Beleuchtung dieser Klassenzimmer automatisch ausgewählte Licht in den vorherigen Zimmer ausgeschaltet wird. Ich habe halt jetzt echt keine Ahnung, was mir das bringt. Also, 1 ist direkt dort. Und dann die 5. Jetzt ist die große Frage, wo ist er schon wieder? Ja, wo ist er denn? Was zum... So. Okay. So. Ja, ja, ist schon gut. Ich würde mal sagen, ich speichere mal. Und mache dann spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.